So, go, go, go! So, wieder beruhigte Mautstellenrennen. Zuberuhigung. Wie geht's euch denn so? Was habt ihr heute so gemacht? Schreibt es doch mal in die Kommentare, die ich wahrscheinlich nicht lesen werde. Ich muss nur sagen, ich habe in den letzten paar Tagen, wo ich aufgrund meines kaputten Hetzes nicht aufgenommen habe, aus irgendeinem Grund mega viele Spam-Nachrichten bekommen auf YouTube, also Spam-Kommentare von wegen, hey, nice video, hey, check out. Website, bla, bla, bla. So was in der Art, ne? Und ich weiß nicht, warum das genau jetzt passiert ist, aber naja. Vor allem wunderschönweise immer in fucking Englisch. Und das ist so ein Ding, also diese Leute, die solche Dinge programmieren, diese Bots, die immer unter Videos kommentieren und, äh, ne? Werbung posten. Könntest du hier irgendwie, äh, verschiedene Texte oder verschiedene Bots programmieren, dass man vielleicht auch mal erkennt, oh, Moment, das ist ein deutschsprachiges Video. Da macht es vielleicht keinen Sinn, einen englischen Kommentar abzulassen, weil man da am ehesten schon weiß, hey, Moment, der hat das Video gar nicht mal verstanden. Weil, warum schreibt der dann ein Deutsch, ein Englisch-Titel, äh, Kommentar? Wobei, diese Spam-Werbung auf YouTube kann man eigentlich so oder so, äh, die vielleicht erkennen, egal in welcher Sprache. Von daher macht es auch keinen so großen Unterschied, aber so ein bisschen Mühe kann man sich ja mal geben, ne? So. Oh, Moment, ich glaube, wir müssen ein bisschen Gas geben. Die nächste Modstelle ist ein bisschen entfernt. Oh, okay, wir fahren gar nicht geradeaus lang. Dann bin ich gespannt, wo die nächste ist. Ah, Moment, wir fahren doch hier lang. Okay. Nur durch den kleinen Umweg. Na, das war die Modestelle, die ich gemeint habe. Nächste Kontrolle verlieren. Wie gesagt, da werde ich, oh, nochmal gucken, dass ich das irgendwie regle, dass ich irgendwie wieder die Xbox-Button im Spiel sehen kann. Weil es irgendwie, keine Ahnung. Ist auch nur eine Kleinigkeit, aber ich werde mal schauen. Und wenn man notfalls das Spiel nochmal neu installieren muss, warum nicht? Ich meine, ich habe es tatsächlich zum, weil ich ja Probleme hatte und das Spiel irgendwie nicht mehr laufen wollte, muss ich das Spiel irgendwie, ich weiß nicht, wie oft genau. Ich glaube, dreimal neu installieren. Weil irgendwie mir wurde die ganze Zeit angezeigt, please insert Disc, obwohl die Disc von Most Wanted die ganze Zeit drin war. Ähm, ich mache mal wieder die Headsets ein bisschen anders. So. Also, obwohl die Headsets von, äh, die Headsets sag ich schon, die CD von Most Wanted die ganze Zeit drin war, äh, wo die ganze Zeit gesagt, packen Sie mal bitte das Headset, äh, ja, wie das Headset, ähm, die CD von Most Wanted rein. Und deshalb, wie gesagt, ich muss das Spiel dreimal neu installieren. Weil ich musste natürlich diese, die Patches wieder drauf machen und so. Und, ach, das dauert zu lang, um das zu erklären. Aber, naja. Es war schon nervig. So. Ja, Moment, ich mache das mal lieber. Sorry, übrigens, dass ich die ganze Zeit das Headset irgendwie richte und so. Aber, wie gesagt, es ist mega ungewohnt, dass ich mich nicht hören kann. Äh, deshalb mache ich das. Ah, jetzt habe ich das tatsächlich richtig aufgesetzt. Auch wenn ich mich genau jetzt nicht mehr hören kann. Oder nicht mehr so gut. Aber, na gut, irgendwann, nach ein paar Tagen oder Wochen, sind die ja bekanntlich, äh, so ein bisschen eingetragen, sag ich mal. Und dann soll es wieder gehen. Oh, vor allem wird es jetzt so warm. So ekelhaft fucking warm. Oh, shit. Okay, das war nicht so gut. Das ist ein K.O. Rennen. Das ist ein K.O. Rennen, fällt mir gerade mal ein. Oh, scheiße. Acht, ist nicht euer. Ernst. Zum ersten beim K.O. Rennen rausgeflogen. Das war aber auch scheiße dämlich, dass ich da umgekippt bin. Na gut, weg da mit euch. Ist da... Ne, ich dachte schon, da wäre ein Galardo im Rennen. Also, ne, ein Labovie meine ich eher. Aber ein Noob ist nicht. I ist nicht. Ich. 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 Also, merken, vielleicht gleich nicht den gleichen Fehler machen an der einen Stelle. Ich meine, gut. Es sind jetzt zwar drei Runden, aber drei relativ kurze Runden. So, diesmal bin ich nicht schräg hier angeflogen gekommen. Und deshalb funktioniert es. So, die müssen schön auslang fahren. Um, water tank for boy. Okay. Ah, wema. Oh, no. No. Da ist der Fortschmung wieder weg. So, France. Ihr wollt also mit euch, äh, mit euch mir anlegen. Genau. Yoda, ich sein. Naja. Es könnte leider wieder gleich knapp werden. Ich meine, die sind nah dran. Ein Fehler und ist vorbei. Ich fahre mal aus Sicherheitsgründen einfach geradeaus, statt da abzukürzen. Ich weiß nicht, ob der Tank da noch liegt. Ne, der ist despawned. Okay. Ja, gut. Na gut. Gut zu wissen, das heißt, wir können nächste Runde da lang fahren. Ach, fuck. Ich weiß es nicht mehr. Warte, wann hat man noch mal ein neues Nitro bekommen? Man fällt gerade auf. Ich hätte gerne ein bisschen Nitro, was dich schneller auflädt und so. Aber es wird hier schon relativ eng und so. Oh, nee. Ach, musst du es so spannend machen. Mann, ey. Muss ich es so spannend machen, vor allen Dingen. Mit meinen... Oh, kleinen Fahrfehlern. Die immer so ein bisschen Zeit kosten. Oh, shit, ey. Nicht aufs Gras. So, er ist rechts von uns. Okay. Ich wollte jetzt... Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig da durchgekommen, weil ich wollte mich nicht überschlagen wieder. Also lieber so ein bisschen vorsichtig. Hauptsache, man kommt durch. Alle Rufzeichen. Ihr bekommt gleich... Ja, ja, ja. Leck mich, du. Noch ein K.O.-Rennen. Ja, es ist aber ein... Noch kleinere Runde, glaube ich, oder? Elf Kilometer. Elf... Okay. Angeblich die gleiche Distanz. Das kommt mir kleiner vor. Das... Der Kurs. Ups. Falsch, hast du. So. Alter Vater, ey. Die Konkurrenz, ey. Ich komme mir ein bisschen unter... Underpowered vor. Ich meine nicht gegen den Supra. Der Supra ist schon in unserer... Kampfklasse. Aber der Rest... Aber bei der Porsche auch eigentlich. Aber nicht der McLaren da hinten. Ne, ne, ne. Komm, jetzt wo wir schon langsam sind. Normalerweise ist der Weg hier eigentlich nicht so sinnvoll, aber jetzt wo wir eh langsam waren, könnten wir eigentlich da durchfahren. Aber vom Kurs her gefällt mir das schon auf jeden Fall besser als das Rennen gerade eben. Ich weiß nicht, warum. Finde ich irgendwie angenehmer zum Fahren. Wenn ich doch nicht so scheiße fahren würde, dann wäre es doch ein bisschen besser. So. Langsame erste Runde. Muss man mal sagen. Die ganzen Crashs und so. Und da die Gegner in diesem Rennen irgendwie keine Konkurrenz sind, versuche ich einfach mal mir selber eine Challenge zu machen und eine neue Bestzeit hier zu fahren. Wobei besser als in der ersten Runde werde ich auf jeden Fall sein. Das verlongt ein bisschen Focus und Concentration. Das sind Dinge, die ich leider nicht habe. Weg mit dir. Weg mit dir. Vielleicht aber auch nicht alles mitnehmen. Weg mit dir. Man muss auch leider den Fahrzeug ausweichen, ne? 1, 3. Ob man es in unter einer Minute schafft, eine Runde. Das wäre mal was, was ich gerne herausfinden würde. Na gut. 8 Sekunden Vorsprung ist aber auch schon ganz schön ordentlich. No competition. No competition. No competition. Senor. Cabron. Ja, irgendwie kriege ich jetzt gerade Bock auf. Boah, geht das dann Andreas? Ich weiß jetzt nicht warum. Wahrscheinlich wegen meiner geilen Imitation von Caesar. Na gut, das war nicht besser. Ich gucke jetzt außerdem auf die Statistiken. Ja. Rundenabweichung 11. Hä? Okay. Aber es ist nicht die beste Runde, ne? Ja, fuck. Warum nicht? Oh, shit. So, rennen. Machen wir noch die letzten, ja, drei. Und dann widmen wir uns den Meilenstein. Ich muss ja schon sagen, bei den, bei der Verfolgung ist ja nachher mit den Cops, also wahrscheinlich in der nächsten oder übernächsten Folge, da habe ich schon ein bisschen Angst vor. Ob das gut geht bei Stufe 4 und nicht mit dem unbedingt schnellsten Wagen, den wir haben könnten. Ich meine, wir haben hier vor ein oder zwei Folgen bei der kleinen Verfolgung, das hat schon gemerkt, wenn Stufe 4 Cops einen einkesseln, dann kommt man schon schwer vom Fleck wieder weg. Da muss ich ein bisschen, äh, bangen. Sag ich mal. Na gut. Vielleicht, vielleicht funktioniert's, ja. Okay, hier lang war nicht der schnellste Weg. Muss ich mir merken. Da fällt mir ein. Ich glaube, ich muss mir mal langsam Carbon anlegen. Also nicht für Speed Carbon. Denn ich habe ja eigentlich, ehrlich gesagt, gerne vorgehabt nach, nicht für Speed Carbon zu spielen nochmal. Und das dann wahrscheinlich auch zuletzt Playen und so. Von daher mal schauen. Wir sind ja schon relativ weit im Spiel, schon mit Blacklist Nummer 6. Wobei, ein bisschen haben wir noch vor. Das muss man einfach mal sagen. Also 6 Blacklist Fahrer. Und vor allem wird's ja jetzt immer schwerer und... Ach, es wird immer länger. Ich glaube, man muss ja mehr Rennen gewinnen und mehr Mainstelle erfüllen und so. Ja, um gegen die Anstreten zu dürfen. Deshalb... Von daher dauert's halt länger. Bis man die herausfordern kann. Deshalb, wir werden das Spiel doch noch ein bisschen spielen. Ich glaube, in unter 60 Folgen werden wir hier nicht fertig sein. Mautstelle oder Radarfall? Ich glaube, Mautstelle mal zum Schluss. Ah, worauf ich echt nicht freue. Es wird sein, dass wahrscheinlich bei Need for Speed Carbon... Das sehen wir auch hier bei Need for Speed Most Wanted... Äh, kein Whitescreen Support da sein wird. Das heißt, äh, für diejenigen, die es nicht wissen... Man kann Need for Speed Most Wanted nicht in... 1220 mal 1080 aufnehmen. Weil das Spiel nur irgendwie 1000... Weil man dann noch was... Äh, mal noch was ausgibt. Und die einzige Option, wie man... Full HD... Auflösung haben kann, ist durch so ein... Ja, durch ne... Mod quasi... Durch diese Mod kann man auch einstellen, dass man Controller Buttons angezeigt bekommt und so. Und, äh, ja. Von daher... Ne, da das durch das ein bisschen älter ist, ist dieser... Support für Controller und generell für neuere PCs... Ein bisschen... Mangelhaft. Ne, ich meine, EA, die... Die sind nicht dafür bekannt, dass die ältere Spiele unbedingt... Äh, patchen... Bis die funktionieren, sondern eher... Ja, zum neuen Voranschreiten. Und ich wette... Und ich wette, da liegt zu was wie... Carbon ja nur ein Jahr... Neuer ist, als muss man. Das wird wahrscheinlich auch dort... Keine Full HD-Auflösung dabei sein. Und was... Vielleicht auch kein Controller Support. Wobei, Controller Support könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, dass es doch noch drin ist. Äh, shit. Ah, na gut. Ist eigentlich relativ schnell installiert. So ist es nicht. Ah, dennoch, dass man da nicht irgendwie... Vor allem traurigerweise wird, äh, Info Speedmaster dann auch nicht auf Origin irgendwie angeboten. Dass die das auch ordentlich patchen und so. Und automatische Updates kommen. Sondern ist es auch noch... Äh, ja. Ohne irgendwelche... Das ist nicht Steam oder Origin oder sonst was gebunden halt. Ich weiß ja noch, damals... Äh... Habe ich von vielen gehört, so... In die Zeit von Half-Life 2. Wo zum ersten Mal Steam angekündigt wurde. Also wo es noch nicht Steam richtig gab, sondern mit Half-Life 2 musste man sich ja Steam... Zwangsweise installieren. Und sich da anmelden. Und so. Und das hat damals die Leute... Wie ich mitbekommen habe. Ich war ja 2004... Nicht unbedingt, äh... Äh... Aktiv, was PC-Gamer angeht. Da habe ich noch meine kleine PS2 gehabt und so. Wobei 2004 habe ich gar nicht mal richtig... Gezockt, tatsächlich. Das war erst so 2006 oder so. Ein, zwei Jahre später. Ähm, auf jeden Fall... Haben sich viele darüber aufgeregt, dass man Origin installieren musste. Äh, nicht Origin. Steam. Half-Life 2. Äh... Und mittlerweile ist Steam ja gang und gäbe. Mittlerweile wird sich darüber aufgeregt, wenn ein Spiel nicht auf Steam ist, sondern auf Origin oder Uplay oder sonst welche anderen Plattformen... Ähm... Aber ich finde diese Plattform schon irgendwie ganz gut und so. Wenn man so seine Spiele auf einer Bibliothek und so hat, finde ich irgendwie ein bisschen besser als die so als CD zu haben. Ich weiß, viele finden das so ein bisschen nostalgisch und so. Aber irgendwie, es ist... Ich finde es auch ein bisschen geil, so die... Als Verpackung irgendwie im Regal liegen zu haben, aber... Es ist nicht so praktikabel und sowas, ne? Muss man einfach mal sagen. Deshalb lieber... Äh... Über die Online-Mediathek. So, ich glaube, wir haben noch einen Renn übrig. Ich wünsche einen Rondorfhorn-Renn. Das machen wir mal eben. So, hoffentlich diesmal beim ersten Mal erfolgreich. Und nicht nach dem vierten Mal. Go! Also, die Konkurrenz scheint irgendwie nicht so... Die krassen Wagen zu haben. Aber das heißt ja wieder mal nichts. Leider noch ist es irgendwie ein bisschen weird. Wenn er an Golf-GTI gegen, äh... Keine Ahnung, eine Dodge Viper im Renn antritt. So, diesmal fahren wir hier nicht durch die Bushaltestelle. Weil die ist bekanntlich ja gar nicht mal so schnell. Ah, go! Kleine Vorsprung haben wir ja. Dennoch Konzentration. Ah, shit! Ja, die ziehen schon halt an von der Schwierigkeit her. Muss man einfach mal sagen. Oh, der blieb hängen. Aber für den ist das Rennen gelaufen. Nie im Leben wird er das noch einholen können. Wenn er kurz vor der Radarfalle so krass hängen bleibt. Na gut, die anderen haben ja immer noch eine Chance. Vielleicht, wobei... Mal gucken, wie... Das ist der Vorsprung jetzt gerade. Ja, okay. 100 kmh. Das ist eigentlich gegessen. Irgendlich ist er gegessen. Ah, fuck. Ja, gut. Ja, zum Glück konnten wir uns diesen Fehler mehr oder weniger erlauben. Aber gleich kommt das Finish. Okay. Na, jetzt kriegen wir abgezogen was. Aber es reicht nicht, um zu... Zum zweiten Platz zu kommen, sondern wir gewinnen trotzdem. Ich glaube, ich werde mir jetzt erstmal ein Stück gönnen, oder? Wir haben ja jetzt alle Rennen, ne? Gut, bevor ich mich jetzt den Meinen schreibe, werde ich erstmal ein kleiner Schrittchen trinken. Und dann werden wir mal schauen, was wir da so machen müssen. Aber es ist nur noch.